Die Wahl des Implantates bei einer grauen Star-Operation oder bei einem Linsentausch ist entscheidend. Wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, was für Implantate wir auswählen. Wir können entweder ganz einfache Linsen auswählen, das sind sogenannte monofokale Linsen. Mit diesen Linsen sehen Sie sehr gut in der Ferne und für die Nähe brauchen Sie eine Lesebrille. Oder man kann auch multifokale Implantate einsetzen. Hier eben eine trifokale Linse mit diesen Ringen an der Oberfläche. Mit diesem Implantat sehen Sie sehr gut in der Ferne, ziemlich gut im Zwischenbereich und sehr gut in der Nähe. Und dann gibt es noch die sogenannten EDOF-Implantate. Mit diesen EDOF-Implantaten sehen Sie sehr gut in der Ferne, ziemlich gut oder auch sehr gut im Zwischenbereich und für die unmittelbare Nähe könnten Sie eventuell eine Lesebrille gebrauchen. Welches Implantat ist das beste für mich? Das hängt immer von Ihren Bedürfnissen ab. Natürlich jedes Implantat hat auch gewisse Nebenwirkungen. Das heißt, wir müssen immer schauen, was ist Ihre Erwartung beim Sehen und wie können wir auch noch die Nebenwirkungen managen. Das heißt, damit das Verhältnis zwischen der Sicht und den Nebenwirkungen für Sie so gut wie möglich ist. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020